Willkommen auf der Franklin Methode Webseite. Mein Name ist Eric Franklin und vor 30 Jahren begann ich zu tanzen und das ging nur eine Weile gut. Und dann bekam ich Rückenschmerzen und Knieschmerzen und niemand konnte genau sagen, was der Grund ist. Und man hat mir sogar gesagt, ich müsse aufhören mit Tanzen, meine Knie seien kaputt. In der Zwischenzeit tanze ich immer noch und es sind 30 Jahre vergangen. Und zwar ist der Grund, dass ich Imagination entdeckt habe. Am Anfang war ich zwar nicht so motiviert mit Imagination, aber ich dachte, das kann ja gar nicht funktionieren. Sich etwas vorstellen im Kopf, seine Gedanken etwas ändern und dann soll irgendwie der ganze Körper sich da auch ändern. Aber nach etwa einem Jahr hatte ich eine einschlägige Erfahrung. Ich hatte irgendwie effizient imaginiert, ich hatte mit genug Energie gearbeitet im Kopf und mein Rücken löse sich, meine Knie löse sich und da wurde ich erst recht interessiert und habe die Imagination erforscht, meine eigene Methode entwickelt. Und all das kann ich Ihnen hier auf unserer Webseite und auch in den Gratis-Videos beginnen zu zeigen. Sie können sich auch anmelden für regelmässige Inspiration hier auf der Webseite. Und das ist interessant für Tänzer, Beweger aus jedem Bereich, auch Leute, die Pilates machen oder wenn sie Yoga-Training besuchen, aber auch wenn sie unterrichten, wenn sie ihre Unterrichtskompetenz verbessern möchten, ist Imagination für Sie. Auch im therapeutischen Bereich ist bekannt, dass man mit Imagination sogar Schmerzen lösen kann. All diese Ressourcen finden Sie hier bei uns. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich anmelden und wir werden sehr viel Spaß haben und sehr viel lernen.